und ich fange an zu verteilen. Moment, ich muss immer noch mein Haus finden. Ah, das schwarze, genau. Oh, was neu. Oh, halt, wir umziehen, darf ich umziehen, darf ich umziehen, darf ich umziehen? Da lag noch die ganze Milch rum. Eine schöne gute Nacht bin ich noch getrunken. Oh, jetzt eine warme Milch mit Honig. Ich glaub, die mache ich mir gleich. Das wär gut, ja. Ich hab noch eine. Ich hab Schwarztee mit Milch, ist auch geil. Ich mach dir auch eine. Frick's ist auch vorbei. Schwarztee mit Milch ist auch toll. Kein Weg ist mir zu weit. Schwarztee mit Milch ist auch toll. Ja, aber nicht Milch mit Honig. Ich hab noch nie Tee mit Milch getrunken. Was? Ich auch nicht. Ich find das irgendwie zu englisch. Schwarztee mit ein bisschen Zucker und Milch rein, das ist sauer. Was? Das ist doch nicht englisch. Ich kenn jemanden, die trinkt heißes Wasser mit Milch. Bah. Es ist Tag. Uh, dürfen wir aufstehen? Ja. Aber, äh, Schwarztee mit Milch ist doch auch voll in Norddeutschland. Auch ein bisschen, ja. Ja. Daher kenn ich das. Und dieser Große, der mich gerade selber vergessen hat, den ich jetzt zum Werwolf gemacht hab. Oh, ne. Ist das doch egal. Ist das doch egal? Ja, eben. Also, mich nicht, Teddy. Ich hätte auch nicht. 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 Ich lebe auch noch. Was? Was war? Ja, das ist vielleicht auch noch deshalb, weil wir jetzt... Oh, Moment. Ich würde sagen, du gehst jetzt zu jedem, er gibt dir sein Buch und... Idiot auf rein. Ja, ich bin Milchblützstoff-Ihrung. So. So, meine werten Freunde. Ins Bettchen. Connection in Schwarzel. Please wait before reconnecting. Was? Hab ich dich zu oft gekehlt? Ach so. Aber nicht oft genug, scheint mir. So, liegen denn alle in ihrem Bettchen? Hm? Äh, läuft. Dann schreitet die... Ja, nein, vielleicht. Ja, doch. Dann schreitet die Kirchtumro voran und wenn es 12 schlägt, erheben sich die Wehrwölfe. Soll. Wer ist eigentlich Hauptmann? Das erhebt sich keiner, finde ich gut. Wehrwölfe? Wer ist denn Hauptmann? Wehrwölfe? Hast du überhaupt Wehrwölfe? 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 Dorf Oberner gewinnen, juhu! Ah, da ist er ja. Der Wehrwolf. Und der andere Wehrwolf, sehr schön. Einen Wehrwölfe? Wehrwölfe? Von irgendwoher kam ein Pfeil. Und der dritte. Wehrwölfe? Und Nummer 4. Und 5. Und 6. So, nachdem jetzt das ganze Dorf wieder auf den Beinen ist. Ach so, okay. Sucht euch mal bitte raus, wen ihr umbringen wollt. Also wenn ich ein Wehrwolf wäre, ich würde jetzt auf jeden Fall Teddy umbringen, der nicht mitspielt. Wenn ich ein Wehrwolf wäre, würde ich vielleicht Black Uni jetzt tisch. Wenn ich ein Wehrwolf wäre, ich würde Lou umbringen. Ich bin verwirrt. Sollen wir jetzt aufstehen oder nicht? Nein. Wenn ich ein Wehrwolf wäre, würde ich nicht zu ein Hölzchen umbringen. So, die Wehrwölfe haben sich ein Ziel ausgesucht. Also geht bitte wieder ins Bettchen. Und ich mache mich an das blutige Tageswehre. Seid ihr im Bettchen? Ja? Nein. Sehr schön. Können wir jetzt aufstehen? Oh, nein. Also wenn es Tag wird und ich euch auf den Bot rausschmeiße, dann dürft ihr aufstehen, ja. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Da musst du dich versuchen wieder hinzulegen und dauernd diese Meldung lesen. You can own something. Das Dorf erwacht und Voice of Silence liegt geschlachtet in seinem eigenen... Nein. Warum Voice? Steht sie doch noch rum. Moment, Moment. Und er ist doch so... Er wohnt doch in einem weißen Haus. So weiß wie seine Weste oder so. So weiß wie seine Weste oder so. So weiß wie seine Weste oder so. Das ist weiße. Was? So, fangt an zu diskutieren. Ich nehm Voice. Ähm... 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 Ich bin ohne... Ernsthaft? Ich hab die Aufnahmen durchgeguckt. Ich hab die Aufnahmen durchgeguckt, wie lange die mittlerweile sind. Ich find es viel witziger, dass der Wehrwolf sich schon verraten hat und es keiner gemerkt hat. Wer war das denn? Flüstern mir ins Ohr! Das einzige was du von mir ins Ohr kriegst, ist mein Schwert. Boah, das lag ich zurück. Das war ein guter Konto. Das Problem ist, Teddy ist im Game und du kannst es nicht so lassen. Losti, wen nimmst du? Losti ist ein Hauptmann! Ich muss erst Gott töten! Wenn du jetzt Api wärst, könntest du ihn killen. Ähm... Ach komm, weil's so schön war. Der alten Zeiten wegen. Ach komm, ich will nicht direkt wieder rauslegen. Können wir nicht auf jemand anderen gehen? Du hast gerade Voice of Silence beschuldigt, obwohl ich schon tot bin. Ich weiß nicht. Ja, ich wollte auch mal witzig sein. So geht das dann halt. Das Lustige ist... Ja, das sieht relativ eindeutig aus, oder? Das Lustige ist, dass du jetzt sterben wirst. Das Lustige ist... Ich bringe nur dann Leute zum Lachen, wenn ich mich selber disse. Eindeutig. Wir spawnen. So, und Oni war... Trommelwirbel, 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 ein Werwolf. Und wisst ihr was? Ich hab mich insgesamt zwei, drei Mal verraten. Einmal, als ich sagte, ich kann noch nicht ins Bett. Das zweite Mal, als ich sagte, da kommt ein Pfeil angeflogen. Und das dritte Mal, als du meintest, nein, noch nicht. Ja, jetzt schon. Schat. Es war so eindeutig. Best Werwolf ever. Ich weiß gar nicht. Ich wollte mal lustig sein. Ja. Moment, ich stelle mich mal eben da oben wieder hin und gucke zu. Ich würde sagen, damit haben wir eine erfolgreiche erste Runde oder einen erfolgreichen ersten Tag verbracht. Und deshalb wird das jetzt auch wieder ganz schnell... Cool, dankeschön. Juhu. Gerne. Kommt von Tippen gar nicht mehr nach. So, alle ins Bettchen. Hopp, 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 hopp. Vergewaltigt mich da? Ich bin diesmal nicht. Liegen auch alle in ihrem richtigen Bettchen. Schauen wir mal auf Losti. Ich bin bei Zyndhölzchen im Bett. Nein, bist du nicht? Ich kann da noch hin. Aber gedanklich ist er da. Ja, genau. Und wenn sich der letzte verbleibende Werwolf dann bitte erheben mag... Werf, 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 werf... Und auf die Jagd geht... Werf, werf, werf... Und auf die Jagd geht... Und auf die Jagd geht... Nicht mich anschauen, auf die Jagd gehen... Leute, ich will ja nichts sagen, aber wir spielen schon seit zwei... Über zwei Stunden Düsterwolf. Äh, Düsterwolf. Macht Spaß. Der Werwolf hat sich entschieden. Das heißt... Sitzzeit für... Wieder Tag. Und ich mache mich ja mit... Meine blutige Frage wäre. Boah, Losti, vielleicht sind wir... Vielleicht finden wir ja für Wacken ein paar coole Leute... He Tight High r particulateieren... Oh, näääääh.... Der Werwolf ist... Lasti... O so viel Dreck ist, wenn es gar nicht... Okay. Also. Ich bin für Losti. Was? Du bist gar nicht da, also ich kann so viel sagen. Das Diamantswert war deins. Ich glaube irgendwas, dass dir das garantiert nicht war. Okay. Bleibt du Zündhölzchen oder Chippy? Dann Chippy. Niemals Zündhölzchen. Ich bin für Zündhölzchen. Und für Chippy. Und für Teddy. Du bist tot. Mein Geist webt durch die Luft und der Wind trägt die Gedanken rüber. Wohl warte. Scheiße, ich hab euch beschuldigt. Macht nix, find ich so lustig. Ich bin's nicht, wir müssten jetzt auf jeden Fall den Werwolf rausfinden. Einer von euch dreien ist es. Also ich seh hier eine ganz eindeutige Wahl. Ja. Und jetzt nicht mehr? Nicht, Teddy. Alle stehen um dich herum. Könnt ich dich wieder kicken? Nein, bitte nicht. Dann hör auf. Ich weiß es einfach nicht. Ja, dann diskutiert. Wer könnte es sein von euch beiden? Und warum nicht so spinert? Beide sind auch so still hier. Chippy und Zündhölzchen sagen einfach mal gar nix. Ja, ich hab Kopfschmerzen. Beide sind schuld. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Werbe, das ist eindeutig. Sie muss ein Werwolf sein, sie hat Kopfschmerzen. Nein, kann gar nicht sein. Losti war nachts bei mir. Ich wollt grad sagen, ich war letzte Nacht bei ihr und sie ist nicht aufgestanden. Also doch, aber nicht aufgestanden. Du warst letzte Nacht bei ihr, dann musst du ja der Werwolf gewesen sein. Zündhölzchen. Ich bin noch ganz viel anderes. Zündhölzchen. Wer nimmt mir denn hier dauernd mein, äh, mein Dorf hier auseinander? Das find ich aber nicht so nett. Zündhölzchen nimmt also eher Leute mit ins Bett als Spinat. Ja. Ja, gewisse Beeren werden auch nur ins Bett genommen. Keine Black Onis. Gut, damit ist beschlossen, ich zieh jetzt bei Zündhölzchen ein. Oh. Ich werde dich persönlich zerfleischen. Armes Zündhölzchen. Aber hey, Zündhölzchen ist ein Zündhölzchen, die kann ihn einfach anzünden. Ja. Das ist ne gute Idee. Ja, weil ich es in Flamme. Boah, ich weiß es nicht. Sag doch mal kurz hier. Ich geh in Flammen auf. Ja Spinat, argumentier. Also ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Sie ist Feuer und Flamme für mich. Also es ist schon mal ungewöhnlich, dass ich diese Nacht nicht gestorben bin. Normalerweise sterbe ich irgendwie immer in der zweiten Nacht. Ich bin so cool, dass Lava mir nix anhaben kann. Irgendwider für Schippi oder für Spinat oder ja. Oder für Losty. Losty-Losty-Verdächtigen. Super! Hätt ich nicht gedacht, dass du für einen von den drei restlichen bist. Das hab ich ja gesagt. Kannst du mal sehen. So liebe Dorfbewohner, es wird Zeit, dich zu entscheiden. Ja, das ist ganz schön schwer, jemanden auszupfen, wenn ich schon tot bin. Hm. Ja, scheinbar. Ja, stimmt tatsächlich. Ich bin jetzt einfach irgendwen da. Okay, wer war nur in der ersten Nacht? Das war... Lost of Silence ist gestorben jetzt. Warum du nicht Spinat? Jetzt schon mal los, die verdächtigt und das war falsch. Heißt? Spinat, warum du nicht? Äh, ich bin doch Bewohner. Ich bin doch Bewohner. Ich bin doch Bewohner. Wie war das in meinem Buch? Ich hab keine Ahnung. Ich bin doch Bewohner. Okay, das ist ja im Plasiv, das ist aber im Moment schon viel was. Was? Das? Ich... Ich weiß... Ja, ich weiß nicht so ganz genau. Ja, ich befürchte, das sieht relativ eindeutig aus, oder? Dann... Das ist natürlich. Na schön. Nein! Und heute Nacht wird es wohl keine weiteren Leichen geben. Yay! Oh! Yay! Wir sind toll. Wir sind toll. Wir sind toll. Los, Teddy Ose, werf mich runter. Wir haben's drauf. Wir haben's drauf. Wir haben's drauf. Wir haben's auf das Dorf gewonnen. Schmeißen's runter. Mir ist gerade eine Rolle eingefallen, die man mit einbunden konnte. Einbunden? Mhm. Das war das kleine Mädchen. Ähm, hat dich auch überlegt, aber ich wüsste nicht, wie man das geschickt machen könnte, ohne dass die Wehrwölfe das mitkriegen, wenn du spionierst. Naja, du kannst halt Glück haben, dass die Wehrwölfe gerade den Rücken zu dir gedreht haben, während du aus der Tür rausfluchst, zum Beispiel. Ja, das Problem ist aber, du siehst die Namen halt, auf die... Nicht, wenn man unsichtbar gemacht wird. Ja, aber wenn man hier hört, das Schnürfgeräusch. Das hört man ja. Ja. Ja, aber wie gesagt, wenn... Das ist ja... Das ist ja auch das Spielprinzip vom normalen Spiel. Wenn's erwischt wird, dann ist es halt so. Wenn's nicht erwischt wird, dann hat's Glück gehabt. Ja. Und wenn man schleicht jetzt bei den Namen auch nicht. Ja, auf. Ja, mit dem Zeug. Ja, aber das ist ja dann genau auffällig, weil man normalerweise ja die Namen in dem... in dem Ding sieht. Ach, stimmt. Da fehlen noch zwei Dorfbewohner. Ich hab schon die, äh, reingetan. Da fehlt nur noch ein Dorfbewohner. Ja. Müssten, ich glaube, ja, neun hab ich, glaub ich, neun Dorfbewohner und vier Werwolfbücher hab ich gemacht. Ähm. Der Helm. Und der ist, glaub ich... Oh, ne, den hab ich hier. Ja, den hab ich. Genau. Hab ich. Genau. Ich bin immer noch unsichtbar und hab nichts zu essen mehr. Ohhhh. Was kannst du eigentlich? Sterben! Hier, dein... Hier hast du Milch. Ganz viel. Trink so viel du willst. Pfff. Hast du ja doch selber nicht aufgenommen. Boah, ich... Doch, die Milch schon, aber die liegt jetzt irgendwo in der Wüste. Jetzt will ich auch heiße Milch mit Honig. Scheiße. Ich bringe dir jetzt ein Glas und mache dir ein Foto davon und dann... Dann ist das, als würd' ich's dir ein... Als würd' ich's dir geben. Oh mein Gott. Was? Sehr schön ausgedrückt. Ein schönes Schlusswort. Ja, genau. Dosti, vielleicht finden... Ja. Dosti, vielleicht finden wir ja voll coole Leute auf Wacken, mit denen wir das spielen können. Wir können da ein Trinkspiel draus machen. Ah, ich bin Trinkspieler, ne? Nicht so meins. Es wird lustig. Drauschen. 3